Musik Die neue Mittelschule Mautern hat zum Tag der offenen Tür geladen, um sich Schülerinnen, Schülern und Eltern aus der Region zu präsentieren und auf die Vorzüge der neuen Mittelschule Mautern aufmerksam zu machen. Wir sind die NMS Mautern aus der Obersteiermoor. Bei uns macht es richtig Spaß, unsere Schule ist ein Urschlag. Wir sind die NMS Mautern aus der Obersteiermoor. Bei uns macht es richtig Spaß, unsere Schule ist ein Urschlag. Was zeichnet die neue Mittelschule aus, um einen Tag der offenen Tür zu veranstalten? Mautern ist prinzipiell besonders. Die Schule von der Infrastruktur her, aber auch von der Pädagogik und Methodik bieten wir den Kindern ein Umfeld, was das Lernen zeitgerecht macht und für das 21. Jahrhundert auch zeitgerecht ist. Nicht nur die Volksschulen der umliegenden Orte, sondern auch die Eltern bekommen einen Einblick in die Unterrichtsfächer. Was bekommen sie zu sehen? Die Möglichkeiten der Ausbildung werden den Eltern gezeigt, die Möglichkeiten der Zusatzangebote werden gezeigt. Und oben über diesen Ganzen ist für uns immer die besondere Haltung und wertschätzendes Arbeiten mit den Kindern an der Schule, sodass die Eltern sehen, dass wir die Kinder wirklich begleiten, als Persönlichkeiten ansehen, ganzheitlich ansehen und ein Kind nicht nur mit Noten bewerten. Das ist uns besonders wichtig hier an der Schule. Was hat sich jetzt inzwischen geändert zwischen Hauptschule und Neuer und Mittelschule? Diese Vielfalt einerseits hat sich geändert. An der Methodik hat sich ebenfalls etwas geändert, weil nicht jedes Kind in jedem Gegenstand gleich gut ist, aber dort, wo es gut ist, gefördert und gefordert wird. Wir versuchen zeitgemäßes Lernen anzubieten, indem wir Eigenverantwortung ganz groß schreiben. Aber die Kinder haben Zeit bei uns, vier Jahre, um das zu erlernen. Wir beginnen langsam, behutsam bis in die vierte Klasse, wo sie dann von uns entlassen werden. Und da hoffen wir, und das ist unser Ziel, als wirklich selbstbewusste junge Menschen, die wissen, was sie wollen. Wie angesprochen konnten sich in Workshops die Gäste der umliegenden Volksschulen einbringen, um so hautnah die Unterrichtsfächer der neuen Mittelschule Mautern mitzuerleben. Einer der Schwerpunkte neben Musik und Gesang und den herkömmlichen Unterrichtsfächern ist die sportliche Betätigung im großen Turnsaal, wo die Schülerinnen und Schüler gezielt auf gesunde Bewegungsaktivität vorbereitet werden. aircraft-1940. half-an és maximale re glas iempo Jup